Herzlich Willkommen an der Universität Passau. Mein Name ist Tobias Kaiser. Ich bin hier Professor für Mathematik an der Fakultät für Informatik und Mathematik. Im Hintergrund sehen Sie das Gebäude dieser Fakultät. Heute möchte ich Sie informieren über unseren Bachelorstudiengang Mathematik. Dazu möchte ich zuerst auf das Fach Mathematik eingehen. Was ist Mathematik? Dann wie es der Studiengang Bachelor bei uns gestaltet und abschließend möchte ich allgemein auf das Studium in Passau eingehen. Mathematik ist eine der zentralen Wissenschaften. Sie ist unabdingbar für unsere technisierte Gesellschaft. So ist sie die Basiswissenschaft für Naturwissenschaften, wie Physik, Chemie oder Biologie, für die Ingenieurswissenschaften und für die Informatik. Sie ist eine wichtige Hilfswissenschaft für die Wirtschaftswissenschaften und einige Geisteswissenschaften wie zum Beispiel Psychologie. Ohne Mathematik geht fast nichts, kommt man heutzutage nicht mehr aus. In der Mathematik werden abstrakte Strukturen untersucht. Aber nicht abgehobene Probleme, sondern es kommen Fragen aus der aktuellen Welt, die werden in der Mathematik abstrahiert, in großer Allgemeinheit gelöst und dann wieder auf Probleme angewendet. Entscheidend ist dabei Erkenntnisgewinn durch Anwenden logischer Methoden. Das heißt, es werden Beweise geführt. Die Mathematik ist immer anwendungsbezogen und anwendungsorientiert. Damit ist natürlich auch Computereinsatz wichtig und mathematische Experimente werden immer bedeutender. Mathematik ist kreativ, ist eben nicht Rechnen nach Vorschrift. Man muss neue Ideen haben, um Probleme lösen zu können. Sie ist klar und ästhetisch. Unheimlich kompakt, viele Informationen auf wenig Platz. Mathematik ist ehrlich und egalitär. Das heißt, in Mathematik kann man nicht durch Autorität argumentieren, man muss logisch argumentieren. Was sind die Voraussetzungen, um erfolgreich Mathematik betreiben zu können? Das A und O, dass man Interesse an Mathematik hat. Freude an der Mathematik. Freude am logischen Denken. Man muss neugierig sein. Man muss beharrlich sein. Mathematik ist nicht etwas, was man einem Nachmittag lernen kann. Da muss man hinterbleiben. Man muss sich permanent damit beschäftigen. Aber dann, wenn man sich einarbeitet, dann macht es wirklich Spaß. Dann ist es ein sehr befriedigendes Studium. Was sind die Berufsbilder und die Berufsaussichten, wenn man Mathematik erfolgreich studiert hat? Man kann in die Forschung gehen, sei es im akademischen Bereich, sei es außerhalb. Es gibt viele Jobs in der Industrie, in Dienstleistungen, wie Bankenversicherung und in der Beratungsbranche. Die Berufsaussichten sind wirklich sehr exzellent. Sehr, sehr niedrige Arbeitslosenzahlen. Natürlich können die Inhalte des Studiums oftmals nicht eins zu eins in die Arbeitswelt übertragen werden. Aber das ist der Vorteil von Mathematik. Hier lernen Sie dieses abstrakte Arbeiten, Denken, dieses logische Argumentieren. Und das sind Fähigkeiten, die in der Arbeitswelt unheimlich gesucht sind und unheimlich geschätzt werden. Ich komme zum Bachelor in Mathematik, wie er hier an der Universität Passau gestaltet ist. Was sind die Studieninhalte? Mathematik, natürlich die Kernfächer, die Analysis, die Algebra, die Geometrie, die Stochastik und die angemahnte Mathematik. Nachdem wir hier eine Fakultät für Informatik und Mathematik sind, war es naheliegend und ist es uns auch sehr wichtig, schon Informatik im Studiengang integriert zu haben. Darin sind enthalten Grundlagen der Informatik, das heißt Programmieren, mathematische Software und so weiter. Wenn Sie sich für einen Bachelor in Mathematik entscheiden, dann können Sie zwischen verschiedenen Nebenfächern, zwischen Wahlfächern entscheiden. Informatik, quantitative Volkswirtschaftslehre, quantitative Betriebswirtschaftslehre, Data Science, zurzeit sehr angesagt, Umgang mit großen Daten und schließlich noch die Wirtschaftsdidaktik. Wie ist das Studium aufgebaut? Die Anfängervorlesungen sind lineare Algebra und Analysis. Das ist jetzt keine Spezialität hier in Passau, sondern so beginnt ein Mathematikstudium deutschlandweit, ja weltweit. Mathematik ist eine universelle Wissenschaft. Flankiert sind diese Anfängerveranstaltungen durch einen Basiskurs, wo eventuelle Lücken aus der Schule behoben werden können und in das mathematische Arbeiten eingeführt wird. Daneben, wie schon dargestellt, finden Veranstaltungen aus der Informatik und in ihrem gewählten Wahlfach statt. Im weiteren Studiumsverlauf kommen die weiterführenden Vorlesungen, wie Stochastik, Algebra und Zahlentheorie, Funktionentheorie, Numerik, Computeralgebra. Wichtig ist, dass man selbst Mathematik macht. Deswegen ist verpflichtend ein Pro-Seminar und Seminar, wo man sich selbst in ein wissenschaftliches Thema einarbeiten muss und dieses dann in einem Vortrag vorstellen darf. Am Schluss ist die Bachelorarbeit. Eine abschließende Arbeit, wo Sie selbst ein wissenschaftliches Thema schriftlich darstellen können. Zu den Inhalten in Anfängervorlesungen. Um was geht es um Linearalgebra? In der Linearalgebra geht es um Lösen von linearen Gleichungssystemen und die Theorie dazu. Aus der Schule kennen Sie lineare Gleichungssysteme mit drei Variablen, drei Gleichungen. Hier jetzt lernen Sie dasselbe mit beliebig vielen Variablen, beliebig vielen Gleichungen. In der Analysis geht es um die Differenzial- und Integralrechnung einer und mehrerer Veränderlicher. In ein Variablen kennen Sie dies bereits auch aus der Schule. Hier natürlich vertieft theoretischer, anschließend in mehreren Veränderlichen. Wichtig hier bei uns in Bachelor Mathematik ist diese polyvalente Gestaltung. Das heißt, wir haben das institutionalisiert, dass ein paralleles Studium von Bachelor Mathematik und Lehramt Mathematik Gymnasium möglich ist. Was sind hier die Vorteile? Wenn Sie ein Semester mehr investieren, das heißt, statt sechs, sieben, acht Semester studieren, dann haben Sie zwei Abschlüsse. Den Bachelor Mathematik und das Staatsexamen im Lehramt. Das ist kein großer Mehraufwand, denn es sind dieselben Mathematikverlesungen. Wir haben die Studienpläne aufeinander abgestimmt und Sie haben eben dann zwei Optionen. Sie können am Ende entscheiden, gehen Sie jetzt in die Schule, ins Refendariat, oder wollen Sie mit dem Bachelor auf den Arbeitsmarkt gehen, beziehungsweise wollen Sie einen Master in Mathematik dranhängen. Kommen wir zum nächsten Thema. Was können Sie mit einem Bachelor Mathematik im Anschluss machen? Der ist berufsqualifizierend, das heißt, Sie können einen Beruf in Industrie und Wirtschaft ergreifen. Oder Sie hängen einen Master in Mathematik dran. Entweder hier unseren Master Computational Mathematik an der Uni Passau oder an einer anderen Uni. Oder wenn Sie eben den polyvalenten Abschluss gemacht haben, gehen Sie in die Schule. Was sind vielleicht die Spezialitäten des Bachelor Mathe in Passau verglichen mit anderen Universitäten, mit anderen Hochschuleinrichtungen? Mathematik wird auch an Fachhochschulen angeboten. Da an der Uni ist vielleicht etwas mehr Substanz, sind mehr Grundlagen da. Unsere Nachbarn, Universität hier, sind ja Regensburg. Wir sind vielleicht ein bisschen anders ausgerichtet, mehr algorithmisch orientiert. Bei uns ist mehr Informatik integriert. Die nächsten Universitäten sind natürlich die großen Universitäten in München und in Erlangen-Nürnberg. Da ist vielleicht unser Vorteil, wir sind etwas kleiner, bei uns sind die Betreuungsverhältnisse besser, die ganze Situation ist etwas überschaubarer. Und wir haben interessante Wahlfächer. Abschließend möchte ich allgemein auf die Studiensituation in Passau eingehen, das nicht nur den Bachelor Mathematik betrifft, sondern alle unsere Studiengänge. Hier in der Universität Passau haben wir wirklich eine gute Betreuungsrelation. Es ist ein Campus und eine Stadt der kurzen Wege. Man muss keine großen Strecken zurücklegen. Es ist ein sehr schöner Campus, mehrfach ausgezeichnet worden. Es ist eine sehr schöne, sehr lebenswerte Stadt mit relativ geringen Lebenshaltungskosten im Vergleich zum Beispiel zu München natürlich. Hier kann man gut leben, hier kann man gut studieren, hier kann man gut Bachelor Mathematik studieren. Es würde mich und meine Kolleginnen und Kollegen sehr freuen, Sie zu einem Studiengang Bachelor Mathematik an der Universität Passau begrüßen zu dürfen. Falls weitere Fragen sind, können Sie uns unter den nachfolgenden Adressen jederzeit kontaktieren.